Das Antenne Salzburg EM-Orakel Der Euro-Pudel Pudelt in Nähtorf So, hier ist mein süßestes Hund in der Welt, gell, die Fieber. Unser EM-Orakel wird heute orakeln. Wer gewinnt? Schweden oder Frankreich? Für Schweden haben wir wieder unsere Schwedenbomben. Bin ich übrigens gerade wahnsinnig blöd angesprochen worden, dass ich wirklich meinem Hund Schwedenbomben zu essen gebe. Das ist Salzburg. So, Schwedenbomben. Und da ist Frankreich mit einem Trepp. Ganz frisch und gut. Jetzt schauen wir mal, was die Fieber tippt. Jetzt schauen wir mal. Ich habe mir fast nicht gewonnen. Oh, jetzt schauen wir mal. Gott, aber da ist auch der Hund. Die ist nicht mit Schwedenbomben. Okay, es ist eindeutig. Fieber mag Schwedenbomben, genauso wie ich. Schwedenbomben gewinnt gegen Frankreich. Schwedenbomben gewinnt gegen Frankreich.